Also, jetzt ist klar, wo es hingeht, also wer hier schon mal war, wird das erkennen. Ich hatte schon auf meiner Anzeige hier 11%, das kann ich nicht hochfahren, das schaffe ich nur ganz kurz. Alles klar. Wer hier nicht geübt ist mit dem Schaltwagen, der wird hier nicht mal anfahren können. So steil ist das. 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 So steil ist das.